Hi! In den Cockpits kannst du die Bildschirme bequem per F-Taste halten, auf die Bildschirme schauen und dem Drücken der mittleren Maustaste vergrößern. Durch Menü überlegst du die Bildschirme individuell. Das Energiesystem lässt sich auch über die F5, F6, F7-Tasten einstellen und durch die F8-Taste resetten. Durch das Wi-Fi-Symbol kannst du Schiffe oder Landing-Services rufen. In der Power-Kategorie kannst du die Komponenten an- und ausschalten und übertakten. Mit R aktivierst du sowohl Power-On als auch die Triebwerke und bist somit sofort Flight-Ready. Mit B aktivierst du nicht nur den Quantum-Drive, sondern kannst diesen auch im Flug unterbrechen. Zur Unterbrechung des Quantum-Drive bei kurzen planetaren Jumps drückst du U und schaltest alles aus. Somit kannst du dich schrittweise an ein Ziel nähern, das keinen Sprungpunkt hat. N zum Fahrwerk ausfahren Mit I schaltest du die Triebwerke an und aus. Die StarMap lässt sich keine Route setzen, suche einen Orbit-Marker und springe ihn an. Nun sollte die StarMap wieder das Setzen einer Route zulassen. Links zu weiteren Tipps und Tricks findest du im angepinnten Kommentar. Und bis zum nächsten Mal. Hex 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 He